Da gibt es eine Gefahr zu bewältigen. Vorzugsweise von dir. Warum haben die nicht auf? Ich wollte das Wurfmesser auf das Ölfass werfen. Ich habe gerade noch heil gedrückt. Naja. Aber da können wir es jetzt nochmal versuchen, ohne Schaden zu nehmen. Das wäre die beste Gelegenheit gewesen, auf das Ölfass zu schießen und das Spiel war einfach so... Wir schießen überall hin, aber nicht auf die Ölfässer. Was ist mit ihr da oben in dem Laden? Ich glaube, sie hat einen epileptischen Anfall, Chat. Ah, es ist ein R. Ah, Entschuldigung? Sie glitschen. Gibt es eine Gefahr zu bewältigen? Vorzugsweise von dir. Da war nichts. Da war nichts. Nee. Das ist einfach so explodiert. Säubere die Umgebung. Nein. Hast du dich versteckt? Hey! Der Weg ist frei. Was rennt der jetzt so? Hat der Angst vor mir? Na ja. ня. rush Da war es kostenlos. Das war's für heute. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. 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 können wir gleich noch unser hilfsmittel verbessern willkommen willkommen wenigstens eine stufe sollten wir schaffen ich würde gern kurz deine weisheit beanspruchen sei mein gast hier fehlen wir noch 50 bauteile aber das ist richtig gut das problem ist wenn unsere rauchbomben giftig sind und ich dann dort reingehe krieg ich auch schaden oder wirklich nur gegner die sich im rauch aufhalten ich habe irgendwas vergessen ich habe einen satz angefangen und nicht zu ende gebracht also ich brauche noch 152 bauteile dann habe ich die rauchbombe auf stufe drei dann habe ich alle komplett gelevelt das heißt dann kriege ich eine trophäe sonst noch was bemerkenswert meinen größten dank auf bald ich weiß nicht ob wir jetzt in allen bruderschaftshäusern noch neue aufträge holen können ich kann mit roshan reden nein kann ich nicht ich habe neuigkeiten nein doch nicht ich danke dir fulat oh hier stand keine neuen aufträge oder hätte ich auch selber mal aufpassen können ja warte dann haben wir hier noch keine neuen aufträge keine neuen aufträge keine neuen aufträge wo das heißt es gibt am ende nur genau zehn im quest die hälfte habe ich jetzt schon gemacht mit feuertöten wir probieren mal die neben quest noch und dann war vielleicht noch eine story quest ich meine wir sind ja gleich schon wieder bei zwei stunden heute ich wollte ja nicht so lange machen wie dienstag weil morgen ist ja noch mal arbeit aber dann ist wochenende und ich sag euch das wochenende wird so schnell rum sein also die aufgabe ist mit feuertöten das heißt wir müssen gucken dass wir dort ölfässer abschießen wenn er irgendwo steht weil ich selber habe ja keine feuerwaffe wir bekommen montag an neuen kollegen wahrscheinlich muss darf ich den einarbeiten ich musste auch schon in verschiedenen arbeitsstellen leute einarbeiten und das war ich jedes mal das ist halt ein super super mehr aufwand und trotzdem musst du ja deine arbeit nebenher noch schaffen warte das doch hier wo wir schon mal waren wo die hühner auf dem schiff sind würde mich das spiel eigentlich rollen hier waren wir schon hier waren wir schon mehrmals warte aus Untertitelung. BR 2018 Dann gehen wir jetzt hier wie immer hinten rum. Gut, dann halt den nicht. Der guckt so voll in meine Richtung. Auch nicht gut. Ja. Oh. Ja. 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 Wir będą. Ja. 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 Was schwebt denn jetzt hier immer alles? Jetzt schwebt hier der Bogen. Warum? Und das Schwert auch. Einmal habe ich das schon gemacht. Meine Chefin hat gebeten, dass sich jemand freiwillig meldet hat. Natürlich niemand, womit sie aber auch nicht wirklich gerechnet hat. Und eigentlich will sie bei den meisten auch nicht, dass sie das machen. Also ich muss sagen, als ich das Spiel damals gespielt habe, nachdem es rausgekommen ist, fand ich das nicht so schlimm wie jetzt. Sondern es hat ja am Sonntag, bevor ich das nochmal angefangen habe, hat es ja Updates gemacht. Oder ein Update gemacht. Ich weiß halt nicht, wie viele Updates dazwischen lagen. Aber seitdem finde ich es echt anstrengend. Die Kamera dreht sich teilweise super blöd weg. Sachen schweben, Sachen glitschen. Hä? Hä? Ich weiß auch nicht. Ich finde es nicht so... Nicht so gelungen. Klassisches Verschlimmbessern. Ja, irgendwie schon. Okay, Chet, bevor wir weitermachen, muss ich mal kurz woanders hin.